Sportfrei, wir grüßen euch heute vom Schloss Leopoldshain in der Nähe von Görlitz und möchten euch unser nächstes Spiel ankündigen. Am Sonntag, am 3. November, spielen wir Schürz nur zu Hause gegen den Sportverein Lok Schleife auf der schlesischen Ruhlheide. Das müsste der neunte Spieltag sein in der Kreisoberliga Oberlausitz, Litz vor Friedersdorf gegen Lok Schleife und noch mal viele Grüße hier vom Schloss Leopoldshain. Da hinten ist die A4, Görlitz Richtung Breslau, da hinten ist Görlitz und wir sehen uns am Sonntag auf der Ruhlheide. Bis dahin, sportfrei! Musik